Herzlich Willkommen im Hotel unter den Ninden. Wir sind ein Familienbetrieb bereits in fünfter Generation. In wenigen Gehminuten erreichen Sie die Donaulände mit der Universität. Wir liegen mitten in der Kunstmeile von Krems und natürlich gleich nebenan die historische Altstadt mit der wunderschönen Fußgängerzone. Und ich bin die sechste Generation und freue mich auf Ihren Besuch. . . . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017